Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zum inklusiven Sportunterricht zeigen. Kommt mal mit! Das ist Marc. Er ist neu in der Klasse 5a und sitzt in einem Rollstuhl. Aufgrund dessen kann er am Sportunterricht nicht wie seine Freunde teilnehmen. Herr Meier fragt sich nun, wie er es schaffen kann, dass Marc Freude am Sportunterricht gewinnt, sich bewegt und ein selbstverständlicher Teil der Gruppe sein kann. Um Herrn Meier eine Orientierung zu geben, kann das 6-plus-1-Modell eines adaptiven Sportunterrichts von Heike Thiemann hilfreich sein. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! Bevor wir auf das 6-plus-1-Modell für einen inklusiven Sportunterricht eingehen, sollten wir zunächst klären, was genau mit Inklusion gemeint ist. Inklusion beschreibt die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen unabhängig von individuellen und Verschiedenheiten. Inklusion berücksichtigt alle Facetten des menschlichen Lebens. Wenn man das Inklusionsverständnis differenzierter betrachtet, fällt auf, dass Inklusion zum einen als enges und zum anderen als zweites Verständnis interpretiert werden kann. Das enge Inklusionsverständnis konzentriert sich auf Fragestellungen, die mit dem gemeinsamen Unterricht von Heranwachsenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf einhergehen. Bei der weiten Interpretation des Inklusionsbegriffs werden dagegen noch weitere Heterogenitätsdimensionen wie zum Beispiel Geschlecht, kognitives Leistungsvermögen oder soziokultureller Hintergrund in das Blickfeld gerückt. Inhaltlich greifen inklusive Konzepte auf ein breites und offenes Spektrum an Bewegungsspiel- und Sportaktivitäten zurück, die eine reflektierte Planung, Umsetzung und Auswertung verlangen. Um Herrn Meier zu helfen, seinen Unterricht adaptiv zu gestalten, zeigen wir ihm nun das 6 plus 1 Modell, was für die Gestaltung eines inklusiven Sportunterrichts entwickelt wurde und auf die gleichberechtigte Partizipation aller Lernenden einer Lerngruppe abzielt. Im Zentrum des 6 plus 1 Modells steht die Lehrkraft. Eine bedeutende Gelingensbedingung stellt die inklusive Haltung der Lehrkraft dar. Damit ist gemeint, dass diese die Heterogenität ihrer Lerngruppe wertschätzt und als Bereicherung empfindet. Sie ist bestrebt, das Recht des Kindes auf Teilhabe umzusetzen. Dazu benötigt sie entsprechende didaktisch-methodische Kompetenzen. Auf didaktisch-methodischer Ebene kann Herr Meier auf 6 Feldern Modifikationen für die Planung und Durchführung von inklusiven Bewegungsangeboten vornehmen. Dazu gehören Lernumfeld, Aufgabenstellung, Materialien, Regeln, Sozialform und Kommunikation. Mittels dieser Stellschrauben kann eine Anpassung des Sportunterrichts an die jeweilige Lerngruppe unter Berücksichtigung heterogener Voraussetzungen und individueller Lernziele erfolgen. Ob die Bedürfnisse der Lernenden Berücksichtigung finden, muss immer wieder neu geprüft und angepasst werden. Schauen wir nun, wie Herr Meier den Sportunterricht unter Berücksichtigung des 6 plus 1 Modells so planen und gestalten kann, dass Marc und alle anderen seiner Klasse am Unterricht gleichberechtigt teilnehmen und gefördert werden können. Als Unterrichtsvoraussetzung muss vorab das Lernumfeld begutachtet werden. Wichtig ist, dass die Halle über Rampen und oder Aufzüge verfügt, dass die Türrahmen so breit sind, dass man mit einem Rollstuhl hindurchfahren kann und auch die Nutzung der Toiletten barrierefrei möglich ist. Somit ist erforderlich, dass die Lehrkraft die Barrierefreiheit der Sporthalle vorab überprüft und gegebenenfalls Maßnahmen in die Wege leitet, die eine barrierefreie Nutzung ermöglichen. Mit dem Ziel einer gelungenen Umsetzung inklusiver Bewegungsangebote ist die Öffnung des Unterrichts durch vielfältige Aufgabenstellungen gekennzeichnet. Die Bewegungsaufgaben sollen verschiedene Lösungswege zu einem vorgegebenen Ziel ermöglichen und dadurch individuelle Entwicklungsprozesse unterstützen. Bei geschlossenen Aufgaben sind entsprechende Differenzierungsmaßnahmen notwendig. Herr Meier gibt die Aufgabe, einen Slalom-Parcours beim Basketball zu absolvieren. Für das Bewältigen des Dribbelns beim Parcours gibt es keine konkreten Anweisungen. Jedes Kind bewältigt ihn anhand der eigenen Fähigkeiten. Bei geschlossenen Unterrichtskonzepten können die Aufgaben differenziert werden. Herr Meier hat ein Slalom-Parcours aufgebaut. Die Stangen hat er so weit auseinandergerückt, dass Marc problemlos mit seinem Rollstuhl hindurchdribbeln kann. Nun erhalten alle entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen differenzierte Aufgaben. Der Schwierigkeits- bzw. Herausforderungsgrad der Aufgabe kann stets an die individuellen Voraussetzungen aller Heranwachsenden angepasst werden. Herr Meier kann durch einen planvollen und reflektierten Einsatz verschiedener Materialien und Hilfsmittel zur Durchführung der gestellten Bewegungsaufgabe unterstützend beitragen. So hat Herr Meier beim Slalom-Parcours verschiedene Hindernisse und Geräte eingebaut und darüber den Schwierigkeitsgrad modifiziert. Zudem kann Herr Meier unterschiedlich große, schwere sowie von ihrer Beschaffenheit verschiedene Bälle für die Aufgabenbewältigung zur Verfügung stellen. Inklusiver Unterricht wird ebenfalls durch flexible Regelanpassungen ermöglicht und gefördert. Die Durchführungsbestimmungen sollten für alle Lernenden verständlich und nachvollziehbar sein. Weitere Modifikationsmöglichkeiten im inklusiven Sportunterricht bieten die Sozialformen. Je nach Aufgabenstellung und dem Lernstand der Heranwachsenden sollte die Wahl einer geeigneten Sozialform reflektiert und planvoll gewählt werden. Bei Übungsaufgaben, wie zum Beispiel sich zupassen, ist zunächst die Partnerarbeit sinnvoll und zielführend und daran anschließend die Erweiterung auf kleinere Gruppen. Einige Schülerinnen und Schüler können in größeren Gruppen in Bezug auf die sozialen Interaktionssituationen stark überfordert sein, sodass eine Anpassung der Gruppengröße vorgenommen werden kann. In manchen Situationen kann eine Lernbegleitung zur individuellen Unterstützung helfen. Als kooperative Lernform kann Herr Meier als Einstieg in die Unterrichtsstunde eine solidarische Lernsituation auswählen und beispielsweise die Fortbewegung auf Rollbrettern oder mit einem Rollstuhl in den Fokus rücken. Mark könnte an dieser Stelle besonders in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden und als Experte wertvolle Tipps und Tricks an seine Klasse weitergeben. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler bekommen die Möglichkeit der Perspektivübernahme und werden zudem für die Besonderheiten und Perspektiven eines Rollstuhlfahrers oder einer Rollstuhlfahrerin sensibilisiert. Im weiteren Unterrichtsverlauf und während der Durchquerung des Parcours ist die Aufgabenbewältigung sowohl in Einzeltätigkeit als auch in Partnerarbeit möglich. Eine gute und integrierende Kommunikation stellt einen entscheidenden Aspekt für erfolgreiche Lernsituationen heterogener Gruppen dar und muss ohne Barrieren erfolgen. Wenn zum einen die Fach-, aber auch die Alltagssprache nicht ausreichend beherrscht werden und unverständlich sind, ist der Einsatz von einfacher und klarer Sprache und Sprachhilfen sowie der Einsatz von Gesten und Bildsprache mittels Symbolkarten von besonderer Bedeutung. Diese können die Kommunikation und die Teilhabe auf unterschiedlichen Lernkanälen unterstützen. Obwohl Mark mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung nicht auf eine sprachliche Förderung angewiesen ist, visualisiert Herr Meyer den Übungsablauf und die Regeln zur Durchführung des Parcours mithilfe von Bildkarten ergänzend zu seinen mündlichen Erläuterungen und Demonstrationen. Außerdem hat er zusätzlich die differenzierenden Aufgabenstellungen verschriftlicht. Diese Art der Kommunikation ist für alle Lernenden hilfreich. Fassen wir noch einmal zusammen. Herr Meyer hat es unter der Berücksichtigung des 6 plus 1 Modells geschafft, Mark und seine Klasse gleichberechtigt am Sportunterricht teilnehmen zu lassen. Er hat eine wertschätzende Haltung gegenüber Inklusion und hat es verstanden, an den verschiedenen Stellschrauben bei Bedarf Modifikation vorzunehmen. Die Stellschrauben sind zusammengefasst Lernumgebung, Aufgabenstellung, Materialien, Regeln, Sozialform und Kommunikation. Mithilfe des 6 plus 1 Modells und etwas Kreativität kann Herr Meyer vielfältige Anpassungen vornehmen, damit jedes Kind in den Sportunterricht eingebunden wird und alle heranwachsenden erfolgreiche Lernsituationen erfahren können. So, und nun seid ihr an der Reihe. Sucht euch eine beispielhafte Bewegungs-, Spiel- oder Sportform sowie einen sonderpädagogischen Förderbedarf aus und entwickelt auf der Basis des 6 plus 1 Modells von Heike Thiemann mögliche Modifikationen für einen gelungenen inklusiven Sportunterricht. Viel Freude und Erfolg! Sportunterricht 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 Sportunterricht